hallo und damit herzlich kommen zurück zu einer weiteren folge ls 19 auf der 3 stand hof einen wunderschönen tag wünsche euch ja in der letzten folge sind wir ja beim hohe ls pressen stehen geblieben und da machen wir jetzt ein weiter und dann müssen wir noch auf dem fall 13 gab es schauen wir kurz mal hin ich glaube damals war dann noch spieles pressen aber das mache ich dann mit kars play ja da müssen wir noch spieles pressen das machen wir noch schnell aber jetzt haben wir zuerst noch einmal so das ding fertig pressen ich hoffe es hat euch die letzte folge gefallen und wenn ihr jetzt keine weiteren videos mehr verpassen wollt ihr könnt jetzt gern abonnieren das wird mir riesig freuen und ja dann würde ich sagen legen wir jetzt los vielen vielen lieben dank und am letzten video für die netten kommentare und für die positive bewertung das freut mich damit euch die videos gefällt und ja macht so weiter und ich hoffe die nächsten videos passen für euch also so dann werden wir schauen damit wir da einmal fertig werden mit habe ich glaube dann können wir dann können wir das schon einmal aufbocken wenn es fertig ist weil dann kommentiert opel iphone ist dann machen wir das jetzt einmal fertig und dann machen wir weiter so jetzt sind wir mit der Ponte fertig aufheben und dann machen wir die Zerstörung und dann den Betrachter schon in der backen und noch hinten die primos drauf das war es perfekt und vor natürlich mit mein ich war es perfekt das ist die bonn auch schon fertig noch was wir als nächstes zu machen haben also wie gesagt strobe besser pressen dann müssen wir noch wieder ansehen, Feldbearbeitung und so weiter. Aber zuerst werden wir einmal das Stroh pressen und dann das so Pellets pressen und dann wieder verkaufen. So ist einmal der Plan für die nächste Zeit. Aber wie ihr natürlich schon gesehen habt es wahrscheinlich Mittwoch um 12 Uhr kommt immer ein neues Video. Ihr verpasst ja keine weiteren Videos mehr und dann, wenn sie auch gern abbewertung dolos und natürlich abu. Oder noch? Oh, let's step on. So, dann tanken wir die Shop und dann fangen wir direkt zu Feld 13 und können dort mit first play das weitermachen. Oh nein. Und dann fangen wir an. Und dann fangen wir an. Was haben wir sonst noch? Oh, da haben wir da glaube ich noch was drin. Nein, da haben wir nicht viel. Jo. Jetzt werden wir zuerst einmal das da ins Lager schmeißen. So. So ist. So. Dann können wir das, wenn wir Zeit haben, werden wir das einmal in die Pellets Produktion ein oder eine Verbockungsunlock bringen. Oder eine Verbockungsunlock bringen. Aufwand. Aha. Da wird ja nicht alles ausgelöst. Ja, kein Engel da. Jo. So. Schreibt es einmal gerne in die Kommentare, wie bei euch das Wetter ist, weil bei mir ist momentan ein schlimmer Hitz. Ja. Das finde ich nicht so. Ich mag es eher, wenn es kühl ist. Also sprich die Winterzeit. Hoppala. Wo wird jetzt den Kling? Und ja. Ah. Weltreiz. Du machst das jetzt einmal, weil der Steven fertig ist. Oder. Um Ausleben. So. Dann bringen wir das jetzt einmal in die Pellet Farb-Abbakung. Und dann stellen wir das gleich einmal dort ein. Oder lagern wir es dort gleich einmal ein, wo ich gesagt habe, in die Boxen. Und dann schauen wir weiter. Dann fahren wir einmal wieder eine schöne Innenansicht. Jetzt rückwärts einschirmen den Onhänger. Dann fangen wir das. Dann gehen wir es da hinten abkippen. Arm und außen. Hinsch. Oh, war das Version. Mhm. Ja. Das ist wie ein Schiff. Und da haben wir es. Die Schiff. So. So. Dann fahren wir einmal mit dem zu Feld 13. Und da steht schon der nächste MP-Truck. Den fahren wir nachher zum Feld bearbeiten. Sprich, wenn wir es fertig sind. So, jetzt habe ich eine Lenke. Ah, da fährt ein Kollege. Ist das eine Synchronisation? Hä? Oh, ein Monster oder nichts? Kollege. Ah. 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 Jetzt hat sich, glaube ich, irgendwas zerschossen. Eieiei. Da müssen wir jetzt nochmal schauen. Ach, darf nochmal weiter sein? Ah. Aber da muss ich jetzt safe geben, dann ist der. So, dann würde ich sagen. nach man uns den schönen entbetrag stellen wir das auf die ziel dann können wir dort und schon einmal die verlockern das ist feld 7 viel spaß dabei ja du musst schon um zu arbeiten der ist jetzt einmal beschäftigt eine halbe stunde und dann passt das da ist er der rescher wie schaut es jetzt haben mit den anderen wissen gebraucht dünger schauen wir einmal ob das funktioniert jetzt schauen wir mal ob der dünger drin ist oder eher kolk das würde gar nichts sein und wird er gesagt kolk passt jetzt machen wir das mal auf und bringen da Volk aus haben wir schon 50% mal tun mal als erstes mal probieren und dann gehen wir ja ich traue mal ob es funktioniert das funktioniert sogar ja dann schmuck mal da schnell, da war ja Robert da oben, warum war es das, Lohnzahlung, ok, ja jetzt ist er leer und dann schauen wir gleich einmal weiter, wieder einmal aufladen und ja da haben wir gleich einmal, ich glaube da machen wir 50% rein oder so, auch einmal einmal aufladen und 20% oder was und wird es glaube ich reichen, lieber öfter ist wieder zu viel am Hof, dann stehen wieder die Kickbacks im Weg, schreibt es mal in die Kommentare, ob man uns die Wiese 5 auch noch kaufen soll und ob man dann dort die Tiere kaufen können oder was man als nächstes machen soll, schreibt es mal in die Kommentare, fließe immer gerne durch, wenn man so gerne Kommentare lässt, das freit mir immer, in die positive Bewertung, ja, vielen lieben Dank nur für euren Support, das freit mir, immer so, aber jetzt machen wir doch erst einmal mit Arbeit weiter, und dann geht es mal weiter, ich bin gleich dahin aufstehen Oh mein, jetzt ist es klar, ah, noch, jetzt ist es gut, nicht los. Ich glaube, ich mache so 15, oder 10% los, oh mein, oh, Ah, das war jetzt Knobhängling. Jetzt machen wir wieder mal einen Aufstand. So müssen wir ein bisschen nachdenken, wo ich die eigenen Foto mit den Lenk einschlägt habe. So, klopfen wir das schon mal auf. Und wir haben die Bono fertig. Alright, dass der Knob ausging. 139 hoch. So, meine Freunde, das war es dann schon für die Folge. Ich hoffe es hat euch die wöchentliche Folge gefallen. So, dann würde ich sagen, lasst du gerne eine Bewertung durch, schreibt es einen netten Kommentar. Und natürlich, wenn ihr keine Bewertungen mehr verpassen wollt, könnt ihr gerne abonnieren. Das würde mich riesig freuen und unterstützen. Das sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann, Moskau. Ciao. 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 Ciao.